Orchester gibt es seit 300 Jahren. Unser Orchester, die Deutsche Staatsphilharmonie, existiert seit 1919. Hier spielen 86 Frauen und Männer aus 16 verschiedenen Nationen. Das Orchester ist so aufgebaut, dass vorne die leisesten Musiker sitzen, die Streicher, dahinter kommen die Holzbläser, dann die Blechbläser und hinten sitzen die Schlagzeuger. Der Dirigent achtet darauf, dass alle wunderbar zusammenspielen.